Das ist ein Sehen für mich, hier kann ich Ihnen mit sein von der Samarys. Ich freue mich auch für die Gelegenheit von dem. Ich fahre nicht gleich alleine zu sprechen, ich will nicht heute meine Früh mit. Weil es fällt sich nicht vor, wenn ich alleine war. Das ist bloß anders, wenn die Früh mitkommt, aber dass wir, das Werk war eigentlich nur trocken für uns und es können bloß nicht sein, wo wir dann passen, wo wir sehr gut hier mitkommen, weil wir haben auch von der Früh noch ein trocken Tag. Freilich hat uns zuerst, wir würden hier kein Juni mehr bleiben, in der Hillside vorhin, dass es immer bei uns ein Highlight ist, oder auf Engelschritt. Und das Freilich hat uns immer, dass wir in Fölnland sehr thüssig in Juni, in Juni, in Juni, und dann hat das und zwar geplant, dass wir das ganze Tag hatten, wir würden hierher kommen und hier nach Spazier in Amerika und so weiter. Und jetzt kam dann, dass wir die Z Und wir waren langsam alle, was das war dann, und die Jorden, die teilen ab. Und ich habe gesagt, dass es mir gut ist, wenn die Geburtstag der Jürgen abzuhalten, solange es der Körper nicht beweist, dass die Jalla war, dann ist das ganz okay. Das ist mir gut, wenn der Körper nicht beweist, dass ein Mexikaner, ich muss nicht sagen, dass es knäckig ist, wenn es nicht knäckig ist, wenn es nicht knäckig ist, die andere Dinge, die die Mädchen haben getan, das ist mir gut, dass es mir gut ist. Und dann haben wir anrechnen, dass es mir ein bisschen mehr Tietan verandert für Menschen besonders. Folk sagt, dass es immer dracker wurde, ich weiß noch nicht, wo das zu tun, ich weiß nicht, wo wir uns sehen, was wir tun können, wir können ein bisschen kounseln, ein bisschen helfen und so weiter, wo das macht. Und ich freue mich, hier zu sein, mit Gott zu gut mit der Mette zu sein, von der Samarius, das ist ein richtiges Sein für mich. Und wir haben noch den Tags geheirrt, von über was das Thema sich handelt, und dank dem Worship-Team, so dass es gerade die Post und die Leiter finden, für das Thema. Und das war einfach, wo die Gäste Gottes Arbeit, wo die Gäste uns hat, weil sie weiß, was wir tun, sie weiß, was die Redner für hat, was für den Thema sie für hat, und das ist alles taub. Und das ist mir immer viel wert zu sein, wo wir sein können, wo die Heilige Gäste mitholt. Und besonders das Leiter, das große Leiter von der Cross of Jesus, das wir es mir nicht, wo die Post auch gerade bei, das Thema bei, wo ich von der will haben. So die Worship-Team, die Geschichte von Joseph, das ist mein favorite Charakter von der Bibel, der Bibel ist ganz gut, und es ist alles recht, und alle anpassen für uns. Aber die Geschichte von Joseph, da habe ich bloß in, sozusagen, meist in ganzen Interessoren gefährt, von Charakters, die wir in der Bibel haben. Und jetzt die ähnliche, was ich finde, der einzige Charakter, die einzige Person, über wem bloß mal nichts, schlägt es, nichts Negatives, in der Bibel geschrieben hat. Und ich glaube nicht, dass Joseph ein fehlerloser Mensch wäre, weil ich auf jeden Fall sei. Das wurde auch in den Fällen gemerkt, dass diese Geschichte von Joseph, die haben bloß mal die gute Sieden von einem Mensch. Und ich wundere einmal, dass David und sogar Abraham und einige andere, dass sie in den Fällen zu Gott und zu ihm sagen, Gott, warum musst du meine Geschichte über mit vielen typischen Bibeln sagen? Ich würde das auch gelachen, weil meine Geschichte von meinem Leben in die Geschichte, wo immer die würden ankommen, und die Fehler, die ich gemerkt habe, würden ankommen. Und ich wundere einmal, dass die andere mich so fallen, oh Gott, das ist für Joseph. Bloß sind die gute Sieden, in den Bibeln. Und woher muss meine Fehler, meine Schwünsche, von mir sehen, woher muss deine Bibel ankommen? Oh Gott, das ist für Joseph. Das ist für Joseph. Wir sehen in Josephs Geschichte, so dass nicht bloß Josephs Charakter in dieser Geschichte war, sondern seine Familie, seine Bräder. So die Brädererfehler, dass sie auch waren. So wir wollen das mal diese Geschichte mit von diesem besagen, wo ging die Bräder dort mit Joseph. Und viele haben wir Geschichten gehört, in seiner Chance, wie der Name war Joseph, wo Joseph war. Und das ist auch Ola Gott. Aber von der Brädererde sieht, hier ist eine Wende, und wir waren das aber von der Klima und Meier beschäftigt, mit der Brädererde sieht. So Joseph hat seine Bräder hier in sich. Dort war er eigentlich von Klien Ohren, aber da war er da durch, als er saßt, wie er ein paar besagt hat, wie er seine Bräder besiegt hat. Und dann wurde Joseph dort verkauft, wie er seine Träume verteilt und so weiter. Aber sie hat nicht bloß durch sich geäuert, wie er von klein Ohren wo er sich immer ein bisschen geäuert hat, wenn es von einer Familie in Favort ist. Ein Kind bett der Papa sein Pett ist. Dann wird dort in der anderen Kenia den Haas abbüren. Dort sind die Eingehandel erfohren. Ich weiß nicht, in der Familie wie aber viele Menschen erfohren in der ersten Tag, dort in der Familie als ein Pett gewaßt, eine Pappe, ihre Mama, ihre Liebling, und der hat immer ein bisschen beten, die hat aus der andere und das bringt den Haas in die Ewigeport-Familie. Und wir wollten dort alle, dass die große Probleme, eins von den großen Problemen, die meist amachlichste sein im Leben sind, in der Familie Träume haben. Nicht so. Das geht uns alle schlecht. Wenn in der Familie Träume ist, dann drückt uns dort an, aus irgendwo anders. Und das, wenn es in der Gemeinde in der Kolonie ist, we can take it off. Irgendwo, dann können wir uns mit alle aufstellen merken, dass der Butter von der Ernte aufstellt. Aber es ist die schöne Familie, dann so zu dich bei und du bringt dort bloß immer mein Video. So, und das ist ja auch wie Josef Benz. Heute wird das Klo verkauft und beim Klo war, wir kennen das nicht so, aber dann haben wir einen Rang uns bekommen mit dem Klobenleben. Und beim Klo war, der meint, dass man die verlässt den Reich vom Leben, verlässt die mehr, 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 mehr alles. Das Einzige Reich, mit dem Menschen blieft, beim Klo war und dort leben bleiben können. Das alles. Sie können antragen, vielleicht nicht mal Schmack. leben bleiben können, die nicht echten bloß zum Leben. Und das ewige Leben ist, die bedeutend in Wied, wie immer die Wied ist, mit alles, was wir da mit haben. Das kann guten Schlag sein, aber die hat die abgeholt, die bedeutend diesen Wied in seine Familie, seine Haft, wo immer, wo die Wied die Hand stellt, dass man selbst nicht als Yes Sir sein und das grünscht ist für sie allein. Wenn es nicht viele Menschen ist, dann kann es eurer werden. Wir wissen nicht, wo Israel ist. Israel wird ins Glauben, die werden ins Glauben geworgen, ins Lothen geschickt. und das grünscht. eine Lektion, die Probleme nicht ins Leben rütt grünscht. Die Menschen haben Probleme, grünscht. Wenn ich nicht grünscht, dann grünscht. die Friede und das grünscht. Das grünscht. Das Problem nicht später. Grünscht merken, aber das ist nicht wie Jesus gekommen, wo er bloß der Reich hat, wie alle waren. und dann war es bloß als ein Freund noch nicht leer als ins Glaub sein, dass wir Gefangene sind. Dann ist dein Leben reich ich geworfen. Dann ist dein reich von noch Leben zu wie er nicht mal dort geblieben. Und bloß kein Tück geführt, wo sich über den Reich gestorben wurde, einem Gestank in Unerkennung vom Land. Und ich will nicht wo lange Josef dort wird geregistriert haben, wo er wirklich in am geregistriert hat, wo er in die in den König Palast schlupen ging, im Gefängnis schlupen gehen, wo er in diesen Palast schlupen ging. in den Geleg ist das wirklich so? Ist bloß ein Dram, ist bloß eine Vision, eine illusion, was geht im Leben ist fair. Aber wo er immer war, in dieser Lehre, wo Josef nie war, er ging durch die Lehre an. das ist ein andere Wort. Viele Menschen kennen nicht verdrehen. Die kennen den Erfolg im Leben nicht verdrehen. Wo Josef konnte diesen Wachsel, den erfuhr, in diesem Luxus, wo er Bambia. Was wir würden von der schmerken, von der schmerken, schmerken, der den ganz dästen pick-up von Powerstroke und der Duramax. diesen Palas mit dieser Früh und alles wie wir sind dort so ein Ding, wo wir sind. schmerken, da sind wenig Charaktes in der Bibel wird bloß eine Friede bleiben. josef wieder einer, das keine rät von Essen ohne Friede, mit der eine Friede, mit einer einer Friede, mit Friede, der ist der Friede, die die verdrehen, wo nicht, und so wie du bist, wie sie trü und wir sind über alle von Leben verloren, sie macht mehr und die Menschen die gleiche Tössler macht, wie in der Familie kann in der Familie viel Schulden anreiten, das erfolgen, das erfolgen, 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 das an sich macht weich genommen wird, dann geht er schlag. Und hier wird von ganz, ganz machtlos eine Städte gekommen, wo er alle Macht hat. Der König hat den König erinnert, König er er erlohnt, er erlohnt, er erlohnt, hat er in den Sinn, der bewuschte Macht. Macht. So hier wir von keine Macht, und in diese Macht hat Joseph in Reich sich zu reichen. von he a a a a a a a a Die gibt es schon ein Wort, und sieg mir die Sion, wie immer wir, die sieg mir die, wo ich gekommen bin, was sie gefunden haben. Bis zu wen, treize Männer, wo wir in so einer Sion, ihr schon mal dann sagen, wo die Sion immer war, wo er nur rumgekommen. Und ich finde, das ist ja nicht mehr, also ich, wo war, ihr schon mal immer, das wird in so einer Sorte Menschen. Und die wurden die gefunden haben. Er hat die Macht in seiner Hänge, er hat es können bloß sein, zu der Mai, gut holt Potiphar seine Frühe, was mir in Gefängnis nehmen brach, was mir in den Trubel nehmen brach, gut holt die Frühe und hängt die, er riehmt die ab, und dann ist es gett geworden, ohne Fräu. Und dann, auf einmal ein Tag, dann sind seine Brüder, ohne der, was Josef nicht erwartet hat, da war eine ganze Überraschung, eine ganze Surprise, er hat nicht erwartet, auf einmal ein Tag, dann sind seine Brüder, und er kann die Füße und die Brüder ohne der. Und ich wundere, was an diese Gedanken durchdreht. Fede, okay, hier ist nun meine Gelegenheit, hier kann ich mich mal rechnen, an was ich mich auch tun habe. Aber Josef, wir haben hier keine Rede davon. Und das dort hat er könnte, ohnehin hat er könnte, seine Macht ütäuben, er könnte die Gefeindnismenschen anbringen, wo er will. und wieder und wieder und wieder. Und dann kommen wir durch, nur den Punkt von wo er, wo dann der Begegnung ist mit seiner Brüder, und Josef, die hat sich zu retten, zu seiner Brüder. Und da haben wir über die Faschen, die Dich der Mose, wie wir die Feierdrechte sehen, ich will uns diese Faschen lesen. Ich lese die Lutherbibel, die hat gesagt so, und nun, bekümmert euch nicht, und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das geweihte Jahr, das die Hungersnot im Lande herrscht. Das zweite Jahr, das die Hungersnot im Lande herrscht. Und das werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden überbleibt, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und in diesem Tag sagt das Thema hergenommen, Abergott. Das ist aber so, das ich die Zeit mal hatte. Und dann würde ich noch ein guter Brücken und das ist ein bisschen verweil, aber das, das sagt das Lass, das, 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 er kann die Eftag, wo er allein war, in der Stube, sie hat eine Multit geholt, in Zenobern. Und dann sagt Josef das zu Ende, sagt er, jetzt war heute die Sache. Gott hat mich verraten, hier haben sie gesagt, um die Familie für mich zu leben. Er sagt, Obergott. Sie haben ein Schlag, das Team hat gemeint, Obergott. Was meint den Ober in der Geschichte? Ich hatte in verschiedenen Versorgungen neue sein, die Lutherbibel, die bräuchte, mehrmals Ober, aber nicht immer, wenn er die Originaltexte nimmt, die Hebräische und die Griechische, dort riecht, wo die Lutherhaft auf Bedewege bräuchte, erzählt sie wo, wo einmal sagt Luther, denn Gott, die nächste Mal bräuchte, aber Gott. In King James bräuchte, die Mischte auch, die ähle King James, but God. So, was meint das? Wenn das Ober in der Geschichte ist, das meint ganz klar, und wo eine Geschichte in Ober-Evadell kommt, das meint, dort ist, er wisst, dass ich den Traum, was der Pharao hat, er wisst, dass er kamen 7,3 Jahren, und dann 7,3 Jahren, dort wird Gott, Gott, der von dem, das erendet, zu dienen, dort wurde der Traum bedient. So, hier kommt Meier Hängeron, und Josef merkt, dass die Kloch, seine Bräder, diese Geschichte erst nicht vorig, die jüngere Geschichte erst nicht vorig, und nun, dass die Bräder, wie wir, nun kann Josef dort sein, dort Gott, die, die, seine Familie haben. Und dann kommt diese seltsige Geschichte noch einmal über der, wo Jakob gestorben ist, in dem Tag, den habe ich euch hier gesagt, wo ihr den nicht noch einmal lesen, das erste Mal, die Fertigstür von 15,3,21, dann kommt das noch einmal über der, wo Jakob, wie war ich es, und jetzt sah ich dort, Josef seine Bräder Angst in sich. Da kam eine Angst in den Namen. So, für Josef seine Bräder, wir, das nie, sie hatten die Olden Jahre gelebt, da kamen nicht nur, wie viele Jahre, das wir, von dann, was sie nur Ägypten kamen, was Jakob starb, oder wie eine Schaufhörn. Sie hatten gesagt, dass Josef, wir, wirklich, die unerkenntnis in Ägypten. Und sie hatten gesagt, dass Josef, alle Macht, und das lohnt. Spannend sein, das ist bei jeder Realität. Die Wirklichkeit, die wir angekommen, dass hier wir rein, alle Macht, und was Josef sieht, das gelb, das wird nicht geführt. Da wird nicht bloß, in der Charle, da wird nicht bloß, über was wir reden. Was Josef sieht, dort wird nicht geführt. Und er hat reine Macht, was er empfiehlt, da wird dort, was er sieht, ütführt. Wie sein Färgenwort, in Menschenanswort, ob er hat nicht gemacht, dort ütführt. Das ist nicht durch. Wie Josef, dort wird alle durch. Er hat, er kann sein, was er will. und wie er macht, das wird er sehen, ütführt. In der Gedanken, da kam die Brüder nicht an, und Papa, wie war ich, und, ah, ja, ja, er ist nicht, und Bruder. Er ist Josef zu ihr Schät, gewaßt, und bloß, wenn Papa, wir sind wir, Papa ist ihn lieblich, und bloß dem Papa, lehren die nach Leichmärten. Er ist dort dort gewaßt, und so wieder. So, sie bereden sich ein, im Boot, einer wird, dann bloß so, so fernständig gehen, und, er bringt, er ist besorgnis fernständig. So, sie schickten diesen Boot in der Josef, denen haben sie gerade gesagt, wird sein so. So, dass wir dort, Papa, haft bestellt, okay, wir hatten das, die sind mit Angst, aber Josef, fehlt viel von seinem Papa, Jakob, so, wenn sie mit dem, wo den Ongen kommen, sein Papa, haft bestellt, dann wurde das, weggegangen, und dort, wo alle, dort in unserer Familie, wo wir abgewachsen haben, und ab einmal ein Bruder, einer saß, der Ongen kam, und sie hat Papa, haft bestellt, wir wird weggegangen, nicht so. Einige Woche, ich bin nicht bei uns, wieder an, in der Stuhl, im Tüß, du römmer dir, du hankern, lern, eine Räume. Und die Räume sind, so ja viel, den gingen wir, alle Dach, immer vorbei, Höhnen treig, und dann, wir hier im Tüß, und du wirst in der Trab, mit dem Bähnach, nur in der Schlupfstube, und den Räume, den gingen wir, den gingen wir, immer, haben, und treig vorbei. Und wie wüssten dort, wann ein Bruder, und er saß, da kann sein Papa, seht, was wird an dem Bild, okay, du hast eine Macht, du hast eine Macht, du, und, 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 dass da jemand, im Haus gekriegt war, und bloß, und da nicht an das Denken ist, dort, da wüsste einer, und einer hat hier, dort respektieren, für diese, eine Bräder, vielleicht ein bisschen so, von Josef, da wüsste doch, was tun, wann sagt, die Josef, den Papa, seht, sondern, und sagt, Papa, hat gesagt, dort, für jede Bräder, was sie die Arme geduht haben, nämlich, die Gelegenheit, für dort, für das Schlamm, was sie die Arme geduht haben, und verzeihend. So wird es, eine Neutigkeit, wird es neidisch, dort, Josef muss, seine Bräder verzeihen, weil, wirklich nicht, wirklich nicht, weil Luther, kein mit meiner Tränen, das verzeihen kommt. Wenn Josef das gehört, ist das Bote, die will noch nicht verzeihen, seine Bräder, okay, weil Luther, kein mit meiner, von diesem Bote reden, woran man Bote, was bedeutet dort, weil dort, der Verernstilien hat, dort waren die Bote, wo drei kommen, nur ernt, mit einer schlechten, nur recht, dort, der Verernstilien hat, nicht zu stecken, zu wanken. Wann die Lehre, auf einmal geändert hat, du hast nie, beim König, und Josef, hat eriges Wort, da will eriges Wort, zu hören, der Horden betracht, im Sinn, der Horden betracht, nicht um Päde, und die Bote kamen, drei, und sagen, hey, Junges, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das hier nicht, so fein, das, was ich kann nicht sehen, dass der Verernstilien hat, zu verschwingen, unterstecken. Sie wissen nicht, von wo sie kämen, doch wir von dem Land, von keiner. So, weißt du, dort, seine Brüder, haben noch nie, nicht Heilung erfohlen, über was sie getan haben. Sie haben noch nie, nicht wirklich Verzeihung, ungenommen, für was sie, ihren Brüdern, ungenommen haben. Und im ganzen Ende, nur denken, in diese Erinnerungen, die du wir, in der keine Erinnerung, gar schrieb dir. Einmal dann, sagen sie uns, sogar Präger, sagen uns, für jeden bloß noch, für jeden bloß. Wo uns Verstand, das nicht gemerkt haben, für jeden. Doktor, auch wenn jemand ernannt, Neurologen, in seiner Wort, hat Verstand studiert, wo uns Verstand arbeitet, und die Menschen kommen noch lange nicht ganz dahin, aber ich hoffe, das wird so komplex gemerkt. Aber anyways, was die Klo gemerkt haben, mit dem Studium, dass wir uns Verstand haben, eine Fähigkeit, eine Kapazität, 900 Jahre leben, im Denkthalm. Und wenn wir die Bibel lesen, dort ist der Hauptgrund, zu seinen Teilen, in der Bibel, in der Bibel, die leben, über 900 Jahre, und ich glaube, Noah, wird sie kennen, noch von über 900, von damals, zwei, drei, vier. So, die Bibel bewies, dass er das schafft, dass wir kennen, so viel im Denkthalm. So, über uns, wird die Fähigkeit, und ich sage, na, vergete bloß mal von. Wir sind nicht gemerkt, um Dinge vergeten. Wir kennen Dinge, uns verstanden, dass du gemerkt hast, dort haben wir ein Registro, dort haben wir ein Pfeil im Kabinett, dort haben wir eine ganze Bahn, Schiefflöten, und dort ist der Renn oder Bahn, und wir kennen Dinge nicht vergeten. Und du merkst, ein großer Unterschied, wo wir eben die Dinge holen. Und hier, Joseph sagt, klar, hier bin, dass seine Bräder heute nie nicht Heilung erfuhren, über die Erinnerung. Sie sehen, wenn die Erinnerung, was immer uns im Leben geworden ist, wenn die Erinnerung dreht kommt, und wir kriegen, diesen Pfeil, den Pfeil in Kärn nicht rührt, und was so tun, sie gleich mit uns zu tun, die gleich bei uns Pfeil in Kärn nicht behucken, und dann mal diese Pfeils mal ans Pferlein. Hey, das kippt mal hier, kippt mal hier, kippt mal hier, kippt mal, was alles, was hier alles in den Pfeil in Kärn nicht bann ist. Und ich lege uns diese Erinnerung weiter drehen und weiter drehen, und ein wenig wie Joseph klar, worum herröhren, wie er will, die eine Bräder haben noch nie Heilung gefangen, ever, was sie getan haben. Und dort ist worum ich das Futsach, dass das Leid getreten, das Laatze Leid, was wir sagen, red krägt von dem, und wo er nur in einem Lauf kommt, ober Jesus. Wir sind so vergläckter, Jesus ist in der Bräder hundern noch nicht Jesus, der selben Gott, der selben Gott, aber was Jesus am Krieg zu tun hat, das wir ja noch nicht bekommen, das wir noch nicht geworden, aber was Gott hat für uns, teilt so sehr viel. Und dann rät Joseph dann selbst mit seiner Bräder, dass sie nicht beinnt, aber er gleiche Worte an Heil kriegt, den deiner gesagt, das Bote gesagt, ich krieg die Hand, sah ihm in der Bräder seine Hand kommen. Das wolle in dem Zelt sein, das wolle nicht der Bote sein, das wolle in dem Zelt sein. Heil bestrahlt, krieg die Hand, kommt hin, und dann sagte, Gonschlor hat keine Angst. Und Joseph merkte dahein den Chlor, sagte er, sie, er hier und Gott, sie gesteht, jüngte Rechten. Sie wurde wie mit Anverzeihung im Leben. Wirklich Anverzeihung erst in Wahrheit am Rache eben, je in den, den wie was gedoen hat. Niesach, Josef, eck sie hier nicht untersteht, zum Rechten willst mit Anverzeihung, do wie Rechten. Du mit sei, wie ganz klar, dort Jana, wer mit dem auch gedoen hat, mit dem soll ganz versache, der war der, was die mir auch gedoen hat, den soll ganz versache, wo ein so viel erfohlen, wo ein so viel gedoen worden, was mir er war nicht mehr, wie leicht in den Liedschen nicht drückt, doppelt ab, doch, nach so sein, hat er von der Haufe genügt, hat er von der Haufe genügt gekriegt, nicht? Mit Gott abdrücken. Jesus hat mir der Klub, eck sie nicht hier zum Rechten. Rechten, da ist Gott seine Sache, da ist nicht meine Sache. und wie sagen die Bibel, die biblische Geschichten, wo immer Menschen das und Haufe genügt, in wollenem Menschen rechten, über verschiedene Dinge, Absalom, Gott Bild, mit seinem Bruder, Wissersand und Meier Bilder, dort ging immer schluss, dort hat sehr schlechte Beise, Beise Folgen. So, er merkt, ganz klar, er sagt, die Brücken nicht Angst haben über mich. Ich war für jene Familien und für jene Sorgen, ich sehe noch die Seltsa Josef was ist. Und er sagt, er berührt an und merkt ernsthaftig, redfreundlich an. Und die Leute, die Jungs, die war, von dem Palast, wo ich hänge geworden hat, Kreuz ist von wie in Kriegs für die jungen sind. Kreuz die Seltsa Erfohrung aus wie im Kriegs Wasser. Kreuz die Erfohrung von wie kann sein ha nie endlich, nie endlich. Das ist immer . Erfohrung das gedung. Er sagt er ober Gott er did to meine Familie raden, to din aller leben raden. Und er sagt er in ober Gott gibt diese hüge Städte er kann um das ganze land raden. Um viele, viele Menschen raden. Und wenn wir die Geschichte lesen, gleich die Geschichte sehr interessant wird Joseph in ganz nähen wach von mit Geld um gingen in Ägypten. Das ganze Geldsystem, das trading system was Ägypten braucht, dort er sieht und er in göttlichen wach von Geld System für den nennen. Das ist ganz interessant von ökonomisch und von Gouda Gouda Weg von mit Geld umzugehen ist ein sehr interessanter Thema was ich nennen viel. Aber nein nicht, nein nicht ab nützenden wach, nein nicht, nein nicht. Joseph braucht nichts in Position um seine jahrelse zu fällen, nicht ab eine wach. Das wird wie er macht verundert dem Gouds. Und die Mück sind die breite ganz klar. Die breite sagen die doch wurde die Ewigkeit von ihr leben. Die breite kriegen ihre Gelegenheit Verhebung unternehmen. Die breite kriegen die Gelegenheit das zu lehren ober Gott. Ich glaube, Joseph wurde er von seinem Papa gelebt, weil Jakob brückt das, ab einem steht oja all, wo er in Pommel zu seiner Frühe sagt, ober Gott, was Gott in arm gedun hat. Und die breite leiden hier zu sein, ober Gott. So, wo leiden wir dort ober Gott zu sein? Ich kenne hier drei punkte, wo er kann meia deilen, aber bloß der Hauptpunkt ist zu sein, wort leid uns im Leben, wort leid dort leiden uns, wo leiden wir in uns leben, dort wie auch leiden zu sein, ober Gott. Nummer ein ist, wie man Gott tschanen. Jakob hat sich bemüht, dass Josef Gott wird tschanen von Klinion. Er wüsste, wer Gott war. Und dadurch, dass Gott tschanen, hat er beim Osklo verkauft worden, beim Osklo verkauft worden, beim von Fara um Gefängnis gestoppt worden, beim von Gefängnis sätten, bot den Hexte steht krient im Lohnt, lenkt han, hei wisst, wer Gott wir in hei sach, wort Gott fair hat in sin Leben. Hat Josef Gott nicht gekannt, wo die ganz anders mit sin Leer um Leben am Degun sein, ola weh. In die Karastrophen wo die sind auch reich mit am Degun. Und wo er macht tot wo er auch reich mit am Degun wo die Macht wie die genutzt haben. Aber wer se Gott tann ging mit dem was hei kon immer sein ober Gott. Und was meint da sein Gott viert die Geschichte rach uit. Gott ist in der Geschichte verbunden. Gott lehrt diese Geschichte. Gott haft die Kontrolle über die Geschichte. Gott haft den Kontrolle über mein Leben. So wir machen zum Lehren über Gott sein mit wir lernen dass wir Gott tann lernen. Schauf von das Bruss gleich. Der nächste Punkt ist wir machen verschiedene Lehren und verschiedene Dinge machen wir Titt geben. Da braucht Färgen lang lernen. Weil es wie kann den Udruck dort an Titt erst nicht Gott sind Titt Gott sind Titt erst nicht an Titt und wir machen Dinge auf flühen und wo Färgen haben Menschen Fehler gemerkt in ihr Leben wo sie nicht Dinge auf flühen sie müssen das das muss alle auf flühen jeder Leo muss auf flühen seine Brüder müssen dort auf flühen so wieder in so erst Leben Titt geben in Färgen merkt wie Fehler in uns Leben will sonst rand ihr dort auf und wir nicht verstehen die scherde knapp ist zu merken wir verstehen das wie knapp ist zu merken die leisen die holl nicht und wir brücken den bond und so wieder in nie erst dort Titt nie wo ich mit das wird tun und kriegt wie dort sein wie dort was wir dann tun merken wir Fehler in verwunden Menschen doll aus ihr wir wollen mit probleme kriegt du das bild mit Absalom Absalom nie erst Titt mein Bruder wird verjau und wird die tun auf nie Titt in der letzten Bruder an bring was für Isak hat bloß noch viel mehr weiter aus is 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 Absalom hat seine saste mess brukt und hat geschänd in all it ew is is he den fehlst drauf aber hat sie nü ist der Titt und war der was mit tun und für Isak bloß noch sei viel mehr trübel aus is to die nächste Punkt ist wie motten der macht lehren vertrühren der der gerater ist aus an sie ihnen wie motten der macht lehren vertrühren der gerater ist aus an sie ihnen wollen nicht sagen ich habe nie nicht sein ober gott du mal zeigen wir wenn wir sagen ober gott dann sagen wir dort hey hier ist eine gerater macht aus meine ihnen macht in in nur die macht mit einer lüren wenn ihr das ganze zimmer von macht du es an sie ihnen macht wenn sie ihnen macht du weit wie das sei sei begrenzt er kann mal so und so viel abheben er kam so und so für macht ober wir haben auch viel geliebt und sie macht viel viel stärker zu machen und ich kann sagen technisch verstanden und technisch denken über technische Dinge und mich interessiert und wir haben geliebt auf verschiedene Schwängel zu bringen wo der richtige Schwängel habe ich viel viel mehr macht bloß mit Hydraulik das kann die Männer verstehen und früher brücken nicht so viel aber da sind unterwegs wo die dort abbrücken aber bei uns die ganze Hydraulik bloß hoch dort sind kleine Schwängel die sind ein paar kleine Knöpkes und im Traktor und was verschrecklich viel macht dass du nicht auch bist noch eine andere macht noch eine viel gerater stunden wie weich noch du hast noch nicht gerater gemacht dass uns erhene mit alle erfindungen die wir haben die viel gerater mehr du hast aber noch nicht gerater machen dort das tun sie macht und so tun es mit seine macht jen uns mit all unsere mächt die erfindung und die erfindungen die dritt never tell mit die kevin jen die macht noch nicht jen goon der ist bis das macht ist bloß noch viel gerater aus dieser macht das was wir an seltsam können und verbeter du hast noch viel gerater gemacht dort und in der macht kann wir ab kein war ist du jen wir brücken noch eine gerater macht dort und die gerater macht die größte macht ist gott seine macht und wir lernen auf diese macht auf diese gerater machen macht wir lernen uns ab zu verloren die macht wir vertrieben joseph lieb der schwore lehrung lehrte diese macht zu vertrieben seine bräude lehrten bloß lotha die der heilung kriegen ihre erinnerung und so wieder und noch leben lehrten sie auch diese macht zu vertrieben die nächste punkt ist wir kommen in verschiedenen lehrungen im leben an da ist zwei dinge ein erst kreik wie joseph ben wir der ist eine entscheidung von seinen brädern der ist eine schlechte entscheidung von seinen brädern ober der erste es ver den der ich an sie eine entscheidung und wo noch wurde ungekämt dass die kümmerbock fährten noch in lehrungen an oder ähnlich wirklich alle lehrungen kommen haften mit alles wem seine entscheidung zu tun entweder an sie jene viele menschen kommen trübel an der jere eine entscheidung ich habe fährten zu meine frühe gesagt menschen kommen verschiedene trübel an kaffee gesagt worum käme die nicht euren nuancen ruf werden euren dort alle geworden ist das hat alle guten fährte bein wo die erste die lehrbein durch eine schlechte entscheidung oder die mensch ist in der lehrbein durch andere entscheidung hat josef eine schlechte entscheidung gemerkt dass die pappel gehörsen wie eine breite besiegner verstaubt die papel besiehörsen ob diese entscheidung wird seine breite mühken nie so geht an seinem bruder los zu wollen der entscheidung muss heiligen schulig in vierten kommen wir in eine lehrbein in der familie in der kirch zu go wir kommen durch ohne seine entscheidung kommen wir in der lehrbein wo wir bloß einfach durch machen in im stall der körpern stand und wo die messer körpern sind ein gut zu tragen wo eine kirch war verboten brüch oder eine familie wird verboten brüch oder und dann machen wir einmal durch das durch das tragt machen wir dann durch und ab er ist dann war ich krank das joseph muss wo er ist das wichtig denkt und er kann mich selbst nicht mit joseph verglichen wie er ist wo der trashing wo ich kann ich kann jedem leben und habe die entscheidung und habe ich selbst leiden und das wird passiert in unserem leben wir kommen leiden durch unsere entscheidung joseph seine breiter wo dann will sie diese leiden wenn ihre entscheidung nicht die honges not über das ganze das problem was sie ihren papa oder tun haben ihre familie oder tun haben dass wir ihre schlechte entscheidung über kreikende und wurde passiert das kreikende und wurde passiert wir wollten einmal lernen zu erzählen wir wollten einmal lernen im Leben sein über gott wir wollten lernen an diese macht hand geben in gott joseph die macht die kraft zu erzählen in weiss die wort da bricht den durch wirst du habe keine schwängel du habe keine switchen woran es mit verzeihen halten du habe keine elektrische kraft kraft kostet 220 an foten pro und leichter merken du magst wo mit einer macht eingebracht sein was zirate ist was an sie macht tun dort hand zu erzählen über kreik zu wo wir dolle ungen lieden er läuft gleich wenn ihr da wo viele viele menschen geliehen ist die von der wirst dem macht in ihr leben verzeihung unternehmen die fangen nicht dem macht in ihr leben die heilte worden von die erinnerung zu haben die können nicht heilung finden und du bist glücklich du bist glücklich dass wir das das leid sagt du bist glücklich dass wir sein dass wir sind nur dem dass Jesus am Krieg starb du bist glücklich dass Jesus im Blut vergelt die Bibel sagt so klar und da ist ihm blut so wie gehalten wie unger schatzen so vergen die Macht von Jesus ihm blut die kann oder leid was macht mich von sinnen rein nur das Blut des Lames Jesu bloß du Ben hast die Macht du hast die Macht um uns zu verzeihen und du hast die Macht von den Erinnerungen Heilung zu kriegen wir wundern ans färgen wo junge Menschen so viele junge Menschen lieben und die Erinnerung die entplegen entplegen die Erinnerung los wollen die kennen nicht wir sind nicht die mehr aber Gott hat gekriegt euch dit Gott hat gekriegt euch dit durch Jesus durch sein Blut du hast uns diese Macht gejagt du hast uns die Macht gejagt dass wir auch verzeihnen können dass Jesus uns verzeiht wurde Jesus dort geißig uns klop Fura vergeb du bim de gerat noch weil die nägel in seine hänge geschlagen war die jüden sagen dort die nägel waren hier wo die knäckes vom gelang top kommen wo er ganz toll dabei hat und an der feuch kratz auch wo die fünf knäckes top kam kratz die nägel oder nicht weiter bin die hat der weiter dann können jesus sein fuhrer verjaffelt ist der weit nie hat sie da fehlt die kraft zum verzeihnen dann freu den fuhrer freu haben nur diese macht durch Jesus im blut freu muss die kraft geben fehlt die heilung von der erinnung die du in den leben hast fehlt die heilung davon dann freu den vorder noch diese macht von jesus dem blut dort blut wird die eva scher und jane